Da, da, zieht Tor, Maschinerie. Frage des Tages, landet hier gleich ein Flugzeug? Fragezeichen. Ich will dich schon sehen, wir haben heute Abend schon das Vergnügen. Morgen. Hallo, hallo. Tschüss. Ist die Stimme gehört? Hallo. Also, eine Sache sind die, was ihr Deutschen cooler macht als Österreicher. Und deswegen versuche ich, dass ich vielleicht da, am Karnevalswagen, was ihr besser könnt oder cooler macht als wir. Wir haben einen Derapeuten. Wir haben einen Frauenkart, wir müssen einlassen. Wir machen einen Derapeuten. Sie müssen noch der Absatz! Wir machen einen Derapeuten. Der Eingang ist ein Schiff. Da ist dieses Spiele in der Luft, aber wir lassen sich. Mani, mani, du raus, du raus. Nach, nach, nach. Fuß vor, hast du, hast du, Juri? Reicht schon, reicht schon. Gut, Dennis. Wieder zusammen. Ja, ja, raus, 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 raus. Das geht doch nicht, Mann. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Guck woher ist, genau. Tiefe Position. Komm hin und rein, komm hin und rein, komm hin und rein, ja. Ich fühle mich sonst gut, ich trainiere alles seit drei, dreieinhalb Wochen, glaube ich. Wie gesagt, konnte jetzt Minuten sammeln, das hilft mir weiter, auf diese Wettkampfpraxis zu kommen und diese Spielpraxis zu kriegen und dass noch nicht alles klappt, ist klar, aber ich gebe weiter Gas und versuche auf die 100 Prozent zu kommen.